Das Intro kennt man doch gut, oh blauer Baby Yoshi, und diesmal sind die Hintergründe nicht mehr rot, sondern sind sie jetzt grün wegen Luigi. Also übrigens, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play, zum neuen Let's Play New Super Luigi U. Mit eurem lieben Honi und eurem lieben Shiraz. Wir starten zum ersten Mal New Super Luigi U, denn ich habe ja alleine das Spiel New Super Mario Bros. U Let's Play, und ich denke mal, zu zweit macht es einfach viel mehr Spaß. Deshalb starten wir mit Super Luigi U. Mal schauen, wie das Spiel ist, so lange will ich schwerer sein, wie New Super Mario Bros. U. Aber mal schauen, was uns hier erwartet. Da fährt Mario. Mario ist weg, der braucht kein Mensch in diesem Spiel. Drücke A. Aber scheint zu funktionieren mit dem Gamepad. Wir spielen mit Pro-Controllern. Wir erstellen einen neuen Speicher, natürlich. Wir haben übrigens das Spiel zum ersten Mal gestartet. Wir spielen eins bis fünf Spieler. Wie viele Controller? Wir müssen die Vermilion dann holen, oder? Ne, das kann ich mit Pro-Controllern spielen, denke ich mal. Zwei Spieler. Oh yeah. Genau. Mitmachen? Ah doch, das geht, ja. Ja. Oder soll ich mit Blan tot? Nein, er nimmt weniger Schaden. Er nimmt gar keinen Schaden, ja. Willst du jetzt wirklich mit ihm spielen? Wieso? Willst du lieber Schaden nehmen? Das macht doch viel mehr Spaß. Oder willst du wirklich mit ihm spielen? Nein, warte, ich nehme ihn tot. Er kann nicht mehr wechseln. Jetzt. Dann nehme ich mal den blauen tot. Blauen tot, okay. Sicher? Ist ja hässlich. Man kann ihn dann immer wieder wechseln, okay? Gut. Also ich spiele mit Luigi, war eh klar. Und meine Süße spielt mit so einem Pilzkopf. Oh Gott, wieder Mario. Aber sicher ist ja Luigi. Lang nicht mehr gespielt. Oh Gott, ich hoffe, ich kann das noch. Toadette wäre cool gewesen. Toadette, ja, stimmt. Nee, oder ist das Intro alles gleich wie im Useful and Brothers You? Das gibt's doch nichts, oder? Nein. Statt Mario sitzt da jetzt Luigi. Ja toll. Luigi ist auch im ersten. Nintendo hat sich da wirklich viel einfahren lassen jetzt. Also ich dachte eigentlich, dass sie jetzt eine andere Story machen. Aber nee, die Story bleibt alles ganz frei. Nur ist, dass Mario nicht dabei ist. Oh Gott, die Baby-Yoshis treffen wir wieder. Das freut mich. Aber die Levels sind anders. Die Levels müssen anders sein. Ja, die sind ganz gleich. Und auch das Intro ist gleich. Und der Levelaufbau ist auch gleich. Aber weißt du was? Was? Nicht nur, dass die Level jetzt auch noch schwerer sind. Du hast auch noch mich dabei. Ja Süßer, du spielst doch nicht. Du spielst doch gut. Ich bin um schlecht in Mario. Nein, bist du nicht. Wir schaffen das. Okay. Übrigens Leute, wir haben uns das Spiel in vollem Preis gekauft. Wir haben uns die Hülle gekauft, weil es einfach geil aussieht. Das grün. Du hast sie zum Geburtstag bekommen. Bitte? Du hast sie zum Geburtstag bekommen. Ja, ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Ja, wir haben uns das Donnerkon heruntergeladen, sondern meine Süßige hat es mir geschenkt. Ja, weil die Hülle so cool ist. Weil die Hülle so cool ist. Genau, weil sie ist grün. Nicht immer nur so blau-bläulich. Okay, wir starten das erst mit den Eichen an. Willkommen bei den Feist-Hörnchen. Okay, schauen wir mal. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Weil die Zeit läuft. Ich hoffe ich schon. Warte. Oh Gott, wie geht das jetzt alles? Ich muss dich nicht viel größer springen. Als Mario. Oh, das ist jetzt wahr, das ist jetzt wahr. Du musst, du musst. Ich habe ein Warhab. Pilz. Danke, Schnuffi. Wir können hier runter, oder? Nein. Oh Gott. Können wir hier runter? Nein, können wir nicht. Die Steuerung ist jetzt ungewohnt weg. Rayman! Ich bin tot. Warte, wo bin ich? Da bin ich. Hilfe. Wie laufe ich denn? E mit, äh, äh, mit Y. Ja. Aha. Da ist Biber. Ich glaube, da kann man ins Rohr rein, Schnuffi. Oh Gott, die Zeit lernst uns bald davon. Wie soll man das schaffen? Oh Gott. Nein! Das ist doch so ein Scherz an Nintendo, oder? Nein, da kann man nicht rein. Pilz! Ich bin überfordert, ich bin überfordert. Ich will mir weg, Schnuffi. Ja, der, der, der... Schnuffi! Ah, verdammt. Schnuffi, der Pilz wäre runtergeflogen. Wir müssen rein, es hilft nichts. Wir müssen rein. Scherrmünze! Da, Scherrmünze! Hol die Scherrmünze! Biber! Biber, du musst den... Oh Gott, ich sehe schon. Okay, es ist alles anders wie Mario. Es ist viel schwerer. Oh mein Gott. Erstens, wir müssen uns aufwählen der Scherrmünze gewöhnen, weil ich mir vor Rayman gezockt habe. Okay. Okay, Biber, nimmst du mir weg. Alles klar. Und du hast ihn wieder nicht. Und ich sterbe. Besser nicht haben. Warte, warte. Lass mir den Pilz über. Lass mir den Pilz über. Hilfe! Okay, du kannst damit schweben, Schnuffi. Oh. Schnuffi! Das ist so was ist hier. Ich hole die Sternmünze hier. Wir würden übrigens wieder alle Sternmünze sammeln. Pilz! Nein, Biber! Hi, Schnuffi! Lange nicht mehr gesehen. Nein, du hast mich untergeschubst in den Biber. Okay, ich habe den Biber. Ja, I'm sorry. Wow, wow, wow. Willst du den Biber? Hier ist ein Biber, Schau. Wenn ich da hinspringe, dann kill ich mich wieder. Wieso machst du Selbstmord? Ich kann solche Spiele nicht. Oh Gott. Okay, du hast kein Leben mehr. Nee. Kann ich hier runter? Nein. Kannst du von mir ein Leben nehmen? Nee, oder? Nee, ich kann gar nichts machen. Nee, nee, nee. Wow. Oh Gott, nein. Wie soll man das Teil holen? Oh Gott, nee, oder? Ich brauche einen Sprung. Ich muss auf so einen Biber springen. Nein. Oh Gott, wie soll das gehen? Das ist total behämmert. Und jetzt vor allem. Ich habe nur noch 90 Sekunden. Ah, das geht schon, das geht schon. Fuck. Fuck. Los, 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 los. Los geht's, Lütschi. Los geht's, Lütschi. Los geht's. Sieben, sechs, fünf, vier. Komm, komm. Nein. Zwei, eins. Ach komm, das ist doch kacke. Das Spiel ist voll hardcore. Das Spiel ist voll hardcore. Okay. Extra Läufe. Eins. Aber komm, es gibt wenigstens kein Game Over. Das ist schon mal gut. Ja, vielleicht für mich nicht. Vielleicht bei dir schon. Nee, das glaube ich nicht. Das sind nur die Anläufe. Oh Gott, ey. Ich werde das sehr viel brauchen. Nice. Oh Gott. Ich hab's. Okay, ich hab den Bier. Okay, okay, Süße. Bitte. Oh, die Münze, oh die Münze. Ja, ja. Oh, warte, warte. Wo bin ich? Ah, hier. Nice. Komm, Schnuffi. Nein. Oh. Hä? Wo bist du? Ah, so können wir irgendwo da oben. Okay, warte, ich hol die Münze, ich hol die. Ich hol die Münze. Schnuffi. Gib mir das wieder. Komm zurück, du Schnuffi. Komm. Das wird nur noch eine Sternmünze. Das ist die im Ziel. Ja. Die probier ich, die probier ich. Ich hol's, ich hol's, ich hol's. Warte, warte. Du hast falls springt auf mich. Das ist ne Idee, das ist ne Idee. Gib mir das Ding. Ich hab ne Idee. Du springst auf mich. Komm. Spring. Ne, ne. Oh jetzt, komm. Genau. Okay, oder? Nein. Egal. Wir haben's geschafft. Oh Gott. Das war das erste Level. Verstehst? Das erste Level. Oh Gott. Weißt du, ich hab das normale Super Mario nicht so hochgespielt. Okay. Ja, aber. Wie soll ich das schaffen? Aber wir sind hier zu zweit. Wir packen das. Wir packen das. Okay Leute. Ein Design-Eleven machen wir noch, weil wir haben schon sicherlich viel Zeit vergoldet in diesem Level. Schieferbergwerk. Okay, los geht's. Das ist sicher im Tunnel. Man hat immer so wenig Zeit in dem Spiel. Das Spiel ist so geil. Pilz bringt viel. Komm, Stufi. Nein. Er rutscht. Kein ABS. Kein ABS. Wow. Nein, ich spiele da. Ich bin so doof. Wer war, warte. Wie war das gerade? Blume. Okay, weiter geht's. Daumen ist noch was. Warte. Nicht, nicht, ich dusche. Ich weiß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnuffi, warte auf mich. Warte auf mich. Ja, ich warte. Ich warte. Hast du's? Was hast du? Ich hab gar nichts. Komm. Ich hab ein Level-Up. Okay. Wir haben beide ein Level-Up. Okay, Schnuffi. Komm, komm, komm. Warte, warte. Nein. Nein, du hast mich runtergeschmissen. Warte. Überleb. Nicht, nicht. Überleb. Bleib so. Ich komm gleich. Jetzt. Okay, gut. Warte, warte. Bleib stehen. Ich hab dich. Komm, warte. Oh, wie cool. Hol die Münze. Ja. Okay, Schnuffi. Für dich. Danke. Oh Gott. Ich hab dich. Keine Sorge. Das ist nicht die erste Münze gewesen, Schnuffi. Wir müssen zurück. Verdammt, ernsthaft? Ja. Ich hab dich mit ihnen totgezogen. Tut mir leid. Oh Gott, dieses... Das mach ich so vor. Weißt du, was mich so fertig macht? Dass die Zeit auch noch läuft. Ja, man ist von Anfang an nur an dieser einen Musik da. Komm, Schnuffi. Ich helf dir. Oh. Ich hab ihn. Hast du was? Nice. Nein, nein. Diesmal nicht. Komm. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Okay. Okay. Nimm die Blume. Warte, ist da oben irgendwas? Nein. Ich glaube nicht. Schnuffi, komm zurück. Nicht in den Gegner. Achso. Hier ist nämlich die Blume. Ja, wie komm ich da hoch? Ich helf dir. Nice. Okay. Schau mal meine coolen Farbe an. Wow. So much style. Wow. Aber es muss doch hier irgendwo ein secret sein. Jetzt rüber, komm. Nack, 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 nack. Oh, ich fühl mich so viel. Jetzt hab ich ihn. Aber es muss hier irgendwo die Münze sein, Süßer. Irgendwo. Nack, nack, nack. Stuffi. Sorry. Okay. Ja, aber das ist die zweite Münze. Oh. Oh. Das ist die zweite Münze, Süßer, aber nicht die erste. Wo ist die erste? Komm, wir müssen zurück. Irgendwo muss die erste Münze sein. Nimm mich mit, bitte. Okay. Es gibt Level, da werde ich besser. Ich will, ich will. Ja, ja. Hier. Okay, danke. Bitte sehr. Warte. Stern. Alter, ich geh ab. Warte. Bam. Nein, da kann man nicht rein. Warte, geht's nicht hier noch weiter? Zeit abgelaufen? Zeit abgelaufen? Wollen die uns verarschen? Oh, jetzt ich auch, siehst du? Oh, du auch. Nicht nur ich. Ah, es steht 1 zu 1. Oh, verdammt, Leute, das ist ja wahnsinnig schwer. Wir werden mit 100 zu 1 beenden. Ähm, ich bin dann 100. Ich glaube, in diesem Let's Play werden wir sicher mindestens 100 Parts drehen. Aber dass hier nichts ist? Oh. Oder kann man vielleicht eine andere Röhre rein? Ich will das haben. Da geht's rein! Links geht's rein! Oh, mein Schwammer ist reingekommen. Ja, links geht's rein, komm. Ja. Warte, bleib da, bleib da. Bleib einfach da. Passt schon. Das wäre automatisch verkehrt, auch wenn du nicht nachgehst, ja. Okay, jetzt, Leute, Süße, wir müssen jetzt los. Nehmt ihr eine Blume und los geht's. Stufi! Stufi, komm! Ich kann nicht! Baby! Jetzt! Spring! Ich schaff das nicht! Komm, spring! Und weiter, komm! Komm, komm, Süße, komm! Und sprung! Nein, ich bin ein Noob! Wir müssen weg. Warte. Ich hopper will. Ich hab ne Idee. Okay, das war nicht geplant. Egal, weiter, lass mich zu dir. Stufi, Stufi! Okay. Wieso, gehen wir weg? Ähm, ja, nochmal. Aber das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Ich will aber mit R rennen, statt mit Y. Wieso mit R? Wegen Raymond? Wahrscheinlich. Warte. Achso, du passt doch nicht rein! Du hättest mich jetzt bald hart im Pflanzhaus zu pressen vorgeworfen. Nein! Warte, warte, warte. Stufi, komm! Scheiß, scheiß, was die auf dem Stern. Komm, wir springen, komm! Was, ich soll die mitnehmen? Komm! Geht nicht. So, Mist. Warte, nicht. Nein! Ich hab ihn... Was? Ich hab ihn... Du hast mich runtergestoßen. Das war nicht, du bist auf ihn rumgesprungen. Bobs. Ich bin so ein Mann. Schnufi, du bist tot, gell? Ja. Wahnsinn. Hast du das gesehen? So viel Skill hab ich bei Weitensicht. Oh Gott! Aber den Skill hätt ich auch gehabt. Wollen wir das wirklich Let's Playen? Ja schon, ist doch lustig. Wir schaffen das. Extra Anläufe? Ich bin bei zwei. Du bist schon mal vor mir. Du bist schon mal besser als ich. Husten. Und der böse Blick. Pilze. Ich meine, du bist eigentlich schon ein Pilz. Wieso kannst du nicht automatisch groß... Wow. Ja. Das ist nicht witzig. Doch. Help me. Warte, warte. Scheiße. Weil du jetzt meine Feuerblume hast. Ja, dafür bin ich groß. Passt schon. Das war auch ein Pilz. Schnuff. Das ist nur, weil du mir meine Feuerblume hast. Jetzt bin ich schuld. Komm, mach schneller, du blöde... Ja. Schnufi, komm her. Du musst die R drücken. Oh. Da ist ein Pilz. Ja, mein Pilz. Warte. Komm her. Siehst du? Ich hab dir geholfen. Drauf, rauf, rauf. Und rauf. Nein, nicht... Du schießt dich genau nicht rein. Sorry, ich bin da oben und landet. Schnuffi, komm. Ich kann nicht. Renn, komm, renn. Was? Komm. Spring. Oh. Ja, komm, spring. Oh. Schluffi! Du musst mich absetzen. Aber so, dass ich nicht runterfalle. Ach du Scheiße. Wo ist die letzte Sterbemünze? Kann man da rein? Da. Kann man nicht, gell? Nee, von da. Warte. Kann man zurück? Nee, kann man nicht. Weil ich werde von dir kommen, man da mal raus. Warte, komm, Schluffi. Nein, nein. Nein. Ich hab's. Du hast voll viele Punkte geholt, weißt du? Alles klar, Leute. Das war's vom ersten Part. Let's play New Super Luigi. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wir haben's definitiv, oder? Ja. Ich habe so viel Spaß. So viel Spaß. Hör. Du red nicht. Ich brauch selber Hilfe. Okay, das war's von New Super Luigi. Ich hoffe, ihr habt Spaß auf jeden Fall. Bis zum nächsten Part und ciao. Ciao.